Mein Name ist Harald Säger von der Nevis GmbH aus München und ich habe mich sehr über die Anfrage von Herrn Thomas Pilz gefreut vom DRK aus Herford, dass wir hier bei der Ausbildung mit VR unterstützen können, indem wir hier die Location von der Feuerwehr hier in Herford von der Leitstelle für den Kreis aufnehmen können. So bekommt der digitale RTW auch ein neues Zuhause, ein neues digitales Zuhause, da wo er hingehört. Mein Name ist Ralf Hoffmann, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Roten Kreuz in Herford. Wir sind hier in der Kreisleitstelle der Feuerwehrzentrale in Alshausen, in der Fahrzeughalle für Sonderfahrzeuge und wir haben ein neues Zuhause, ein neues digitales Zuhause gesucht für unseren RTW. Mein Dank gilt der Firma Navis, die uns geholfen hat, diese Fahrzeughalle zu digitalisieren, das heißt, ein neues digitales Zuhause für unseren RTW zu schaffen für das Projekt Ausbildung mit VR. Mein ganz besonderer Dank gilt dem Landrat Jürgen Müller und dem Kreisbrandmeister, die das ganze Projekt hier in Alshausen vor Ort mit unterstützt haben. Herzlichen Dank und ich freue mich, dass unser RTW, unser KTW ein neues Zuhause im digitalen Bereich hier in der Fahrzeughalle der Kreisleitstelle in Alshausen erhalten hat. Top! Untertitelung des ZDF für funk, 2017